Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute möchte ich euch zweigen, wie ihr bei Squarespace die einzelnen Sektionen von eurer Webseite löschen könnt. Zunächst einmal geht ihr auf die Webseite Squarespace und geht auf euer Dashboard auf eurem Account. Dann könnt ihr hier sehen, dass ich hier meine Webseite habe und oben links sie bearbeiten möchte. Dann klicken wir auf Bearbeiten drauf. So, und wie wir jetzt sehen können, wenn wir runter runter gehen, dass wir diese einzelnen Sektionen hier löschen können, unten rechts. So, genau. Block entfernen, entfernen. Genau, ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und würde mich mal liken und Abo freuen. Ciao, ciao.